kriegen wir viele fans auf revie jetzt zusammen hier ja okay diesmal vielleicht 321 hallo ich bin herzlich willkommen zu der weiteren folge badwars mal wieder auf revie mit dem lieben der euro ja wir haben auch ein kleines thema am start und ich mache erst mal die sound ein bisschen leiser und ja manche wissen es vielleicht schon manche aber auch nicht glaube ich zumindest nicht nämlich wir haben klären kanal vielleicht kann der video ja ein bisschen was dazu sagen ja keine wir halten kein kanal da kommen als cw clips und hat auch ganz tv und der hat momentan 2k glaube ich vor kurzem geknackt da kommt auch bald ein special zu und ja genau und natürlich sollt ihr den alle abonnieren damit ihr nicht mehr einschlafen könnt nachts weil ihr alle cw runden von uns gucken wollt genau und so ist es ja und da laden halt viele leute aus dem klar was hoch eigentlich so ziemlich jeder der aufnehmen kann da habe ich was passiert ja und jetzt wollen wir natürlich die revie szenen reißen ja 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 ich habe keine blogs mehr doch ja ich bring mich mal um du kannst weiter machen so ok 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 oh team team game kennt uns ja schon aus der hunde davor ja die sind ein bisschen äéro ja die sind nicht so gut auf uns naja 走 gehe ich gleich mal zu game wir sind ja ót decides wo wir sind Sicherung über uns machen ein怪uer genau das war nämlich 0 wir fehlen die blöcke bei indio ich bin eben nicht mehr auf den brunnen aufgekommen sind trotzdem an falsche hatten gestorben dich das war so live auf video so jetzt habe ich es ja es ist höher als auf komme man der spaß mir wurde gesagt ich sollte auch lieber kein food kaufen trotzdem mache ich es immer irgendwie so keine ahnung was trotzdem ich weiß nicht wieso hast du hast du hast du sicher er ist dort jetzt wirst du gettent oh deo deo sieht eng aus das ist mein clan mate leute stolz mit ihm in einem clan zu sein da ist ja noch einer lol der hat mich dauerhaft gehittet als er als beim bett war ich habe nicht gewinn dass er da drin war lol ich kann es jetzt gewundert woher ich jetzt bekommen die haben eisenböcke näher aber wenn konnte hat vorgesagt ach nee das ist ja gar nicht noch mal leute oder ich konnte habe ein weiterer dann auch ewig spieler ok ok ja das war die runde mit dem video ich hoffe es ehrlich gefallen abonniert den kleinen kanal was noch was zu sagen bis jetzt die runde die runde sche joh oh die runde die runde Vielen Dank.